Also ich bin Frank Brüdigam und betreibe das Restaurant Brüdigams in Hamburg-Einsbüttel. Und ich mache hier eine gehobene europäische Bistro-Küche und habe eine tolle Mischung an Gästen von jung bis alt, von normal bis ganz schick. Jeder fühlt sich hier wohl. Man kann sich toll unterhalten. Und ja, jetzt will ich Ihnen mal eine Hamburger Spezialität zeigen mit Pfiff. Und jetzt geht es auf, ab in die Küche. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de